Wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Jetzt siehst du, wozu wir fähig sind. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Wenn du versuchst, ihn nicht zu haben. Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Also werde ich diese Mauer einreißen. Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran, so dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Du siehst mich. Du siehst nicht mich. Sünder. Ich ziehe ihn an. Lügner. Mörder. 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 Du lügst. Du hast Angst. Das muss ich nicht tun. Verwehrt? Du wirst niemals wissen, was ich weiß. Du schlägst mein Angebot aus? Siehst du nicht, was du da tust? Hör auf damit! Du schlägst zu, aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten! Ich kann nichts dafür! Nichts davon ist meine Schuld! Meinst du, ich wollte das? Was? Er hat mich mit Drogen gefügig gemacht, mich bedroht! Ich war 17! Doch ein Kind! Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben! Du schlägst zu, aber du kannst deine Schöpfung nicht vernichten! Du wirst es nicht verstehen! Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang! Du bist das Ende! Es sollte immer genau so ablaufen. Du ... Du folgst dem Pfad! Du rettest deinen Schöpf! Du wirst ... ...der Held sein! Und dann ... Entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, erhält er recht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachtsoffels. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Ich bin dein Vater und du bist ein Kind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was es auch ist, ich schaff das. Was ist denn jetzt? Guter Gott! Was ist denn wieder bei Gott? Jeder wird deine Sünde sehen! Ich weiß, irgendwo hier draußen lauert Gefahr. Was ist denn da? Los, los, los! Was ist denn da? 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 Die Strafik ist feiert! Wenn wir unser Brotchen durchführen, wir sind schon zu Ende! Warnung! Zentral, wenn sie überlassen! Warnung! Zentral, wenn sie überlassen! Warnung! Zentral, wenn sie überlassen! Ich gib das! Werker! Wer hat seine Weile? Das schnappt! Warnung! Zentral, wenn sie überlassen! Warnung! Zentral, wenn sie überlassen! Die Strafik ist überlassen! Warnung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir kommen dich ohne Sünder! Abgleitung, sicher Sicherheitsschlöpfer! Was ist das? Achtung! Niemand hat es zu sehen! Abschleifung sämtlicher Sicherheitsschlüsse! Nein! Keine vergehen! Warnung! Überlastung der Zentralbeschüler! Abschleifung sämtlicher Sicherheitsschlüsse! Warnung! Überlastung! Überlastung steht kurz bevor! Sovon sie geäußert! Das war's dann, Oki! Die Luft wird klarer! Ich kann wieder denken! Wir müssen verdammt noch mal raus hier! Das klingt, als würde ich alles in die Luft fliegen! Ich suche nach Überlebenden und treffe dich da draußen! Viel Glück! Duskluß! Du blabas' dann, duで結束 Fros. Gertensalte나! Gertensalte! Gertensalte! Sieht ja von dem land! Gertensalte! Gertensalte! Bähensalte! Gertensalte! 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 Sofort die Evakuierung. Röde gepackt! Sehen, ausdrücklich nicht von allein! Überladung steht kurz bevor. Sofort die Evakuierung. Überladung steht kurz bevor. Sofort die Evakuierung. Nun steht kurz bevor. Sofort die Evakuierung. Überladung steht kurz bevor. Sofort die Evakuierung. Überladung steht kurz bevor. Sofort die Evakuierung. Sofort die Evakuierung. Überladung steht kurz bevor. Sofantige Evacuierung. Hilfe mit Gott! Jeder Schuss ein Trapper! Alle gut klar! Überladung steht kurz bevor. Sofantige Evacuierung. Du musst sterben! Wir brauchen! Überladung steht kurz bevor. Sofantige Evacuierung. Sofantige Evacuierung. Sofantige Evacuierung. Sofantige Evacuierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kannst du mir helfen? Ich muss los. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben. Aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht oder unter die Erde. Das ist ein Befehl, Deputie. Ein Ziegel ward geöffnet. Meine Faith. Meine Faith. Sie war nicht die Erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden. Man muss stets auf der Hut sein. Wir können jederzeit anreisen.